Salut et bienvenue bei fit4france. Wo stehen Adjektive im Französischen? Ich verspreche dir nach diesem Video machst du garantiert alles richtig. Allons-y los geht's. Nathalie aime cette boutique chic. Nathalie mag diese schicke Boutique. Elle adore les vêtements branchés. Sie liebt besonders angesagte Kleidung. La boutique a des offres intéressantes. Die Boutique hat interessante Angebote. Die Grundregel lautet, die meisten Adjektive stehen hinter dem Nomen, auf welches sie sich beziehen, und zwar unabhängig davon, ob sie lang oder kurz sind. Die Betonung liegt auf die meisten. Ausnahmen zeige ich dir später. Stets musst du auf die Anpassung des Adjektivs auf sein Bezugswort in Geschlecht und Zahl achten. Les vêtements ist masculin und plural, also gehört an branchés noch ein s dran. Une offre ist feminin, des offres ist feminin und plural, also es an das intéressant. Nathalie mag das rote Kleid lieber. Farben stehen immer grundsätzlich hinter dem Nomen. Auch Adjektive, die Nationalitäten bezeichnen, gehören nach hinten. C'est une voiture française. Das ist ein französisches Auto. Mehr silbige Adjektive stehen ebenfalls immer hinten. Mmmh, quel croissant délicieux. Welch ein leckeres Croissant. Ebenso die als Adjektiv gebrauchten Partizipien. C'est sa couleur préférée. Das ist ihre Lieblingsfarbe. Aber Achtung, bestimmte kurze und häufig gebrauchte Adjektive stehen immer vor dem Bezugswort. Einige dieser Adjektive bilden Gegensätze, so kannst du sie leichter lernen. Petit petit und grand grande, klein und groß. Voila, un petit Strumpf. Der Schlumpf kommt tatsächlich aus Frankreich und heißt da Strumpf. Das klingt für Franzosen echt komisch. Je prends une grande glasse. Ich nehme ein großes Eis. Bonbonne und mauvais, mauvaise. Gut und schlecht. C'est une bonne idée. Das ist eine gute Idee. Vincent est triste. Il a une mauvaise note en anglais. Vincent ist traurig. Er hat eine schlechte Note in Englisch. Jolie, hübsch. Ah, quel joli Cadeau. Welch ein hübsches Geschenk. Jeune, jung. Une jeune femme. Eine junge Frau. Auch die Adjektive beau, belle, belle, schön, nouveau, nouvelle, nouvelle, neu und vieux, vieille, vieille, alt stehen vor dem Nomen. Wenn du diese Adjektive jetzt noch nicht kennst oder sie wiederholen möchtest, kannst du dir gleich ein weiteres Fit für Franzes Video dazu anschauen. Quelle belle journée. Welch ein schöner Tag. Émilie prend son nouveau vélo. Émilie nimmt ein neues Fahrrad. Elle va visiter ce vieux château. Sie wird dieses alte Schloss besuchen. Merke dir also, alle diese häufig gebrauchten Adjektive gehören stets vor ein Nomen. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. essentiale. Ciao. Jagu. зрituin Θelinnis bleibt. wiresi. 2001 her Willy. commitment. advirt только an inch siquiera. Vielen Dank.